Was ist die Bedingung, gerettet zu werden? Jesus zu lieben? Nein, das steht nicht in der Bibel. Johannes 3,16, jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Die Bibel sagt nicht, jeder, der ihn liebt. Guck mal, ewiges Leben oder meine Erlösung hängt nicht von meiner Liebe für Jesus. Das hängt an seiner Liebe für mich. Ich habe einfach in seiner Liebe geglaubt, dass Jesus für mich gestorben ist. Und das hängt von seiner Liebe, nicht meiner Liebe, weil ich nicht perfekt bin. Ich kann nicht Jesus 100 Prozent lieben. Ich habe immer noch mein Fleisch. Ich sündige noch. Deswegen hängt Erlösung überhaupt nicht, wie wir Jesus lieben oder wie viel wir Jesus nachfolgen. Jesus als Herrn zu machen, Jesus nachzufolgen, ist Werke. Wir sind nicht aus Werken gerettet.